Rilkes Trennung Der ungewöhnliche Rilke und der gewöhnliche Rilke steckten im Gleichen. Der ungewöhnliche Rilke und der gewöhnliche Rilke wären beisammen geblieben. Der ungewöhnliche Rilke und der gewöhnliche Rilke würden sich trennen müssen. Der ungewöhnliche Rilke und der gewöhnliche Rilke wussten es beide. Rilkes Atmen 1. Rilke atmete die Luft, die gute Luft. 2. Rilke atmete pausenlos. Rilkes Hand 3. Rilkes Hand Dies nun sei sein Lohn. Keiner war sich gewiß, was er damit meinte. Rilke weinte. Rilkes Augen Rilke schlug die Augen auf, alles war sichtbar, nichts war unsichtbar. Rilke schloss die Augen, nichts war sichtbar, alles war unsichtbar. Rilke schloss die Augen, nichts war sichtbar, nichts war unsichtbar. Rilkes Gewicht Rilke wird um sein Gewicht erleichtert. So rau erzieht die Erde ihren Sohn. Der gewöhnliche Rilke Mit gewöhnlichem Rilke, so lässt sich der Titel der 17 Gedichte verstehen, ist der Rilke gemeint, der so banale Sachen macht wie Atmen, die Hände ineinanderlegen oder auch Sterben. Der Witz an der Sache ist, daß solche Vorgänge Rilke selbst hymnisch überhöht besungen hat und Jandel sie wieder auf den Boden der Alltäglichkeit zurückholt. Ausgerechnet mit dem Sterben legt er los. Der ungewöhnliche Rilke und der gewöhnliche Rilke würden sich trennen müssen. Und sie wußten es beide. Das lässt sich als Anspielung auf das Elfte der Sonette an Orpheus verstehen, in dem die Auflösung des Individuums im Tod mit der Trennung von Reiter und Pferd verglichen wird. Namenlos schon trennt sie Tisch und Weide. Rilkes Atmen Rilke atmete pausenlos. Selbstverständlich atmete er pausenlos, weil er wie jeder andere keine längere Pause überlebt hätte. Aber wie anders wird das Atmen bei Rilke in den Sonetten an Orpheus gewürdigt, wenn es dort als immer fort um das eigene, sein, rein eingetauschter Weltraum gefeiert wird. In der zweiten Duineser Elegie besingt Rilke die Wahrnehmung der eigenen Existenz. »Seht, mir geschieht, daß meine Hände einander inne werden, oder daß mein gebrautes Gesicht sich in ihnen schont. Das gibt mir ein wenig Empfindung.« Bei Jandl wird daraus »Rilkes Hand an Rilkes Mund, dieser es spürend.« Rilkes Lohn für seine wuchtigen Verse ist laut Jandl »keiner war sich gewiß, was er damit meinte.« »Rilke weinte.« Das könnte sich beispielsweise auf folgende Verse aus der neunten Duineser Elegie beziehen. »Erde. Ist es nicht dies, was du willst, unsichtbar in uns erstehen? Ist es dein Traum nicht, einmal unsichtbar zu sein?« »Was zum Teufel meint Rilke hiermit unsichtbar?« »Eine weitere Form der Existenz des Seins, weil wir es in uns zu etwas anderem verwandeln?« Jandl ganz trocken dazu »Rilke schloß die Augen, nichts war sichtbar, alles war unsichtbar.« Noch gemeiner »Rilke schloß die Augen, nichts war sichtbar, nichts war unsichtbar.« »Also war auch nichts unsichtbar in uns erstanden.« »Das Schließen der Augen ist ganz ohne jeden Erkenntnisgewinn.« »Rilke wird um sein Gewicht erleichtert.« Das ist wieder als Anspielung auf die Sonette an Orpheus denkbar, wo es heißt »Fürchtet euch nicht zu leiden, die Schwere, gebt sie zurück an der Erde Gewicht.« Genauso gibt Rilke sein Gewicht als Toter wieder an die Erde zurück, aber wenn Gewicht auch als Bedeutung zu verstehen ist, wird das Maß an Gemeinheit voll. »So rau erzieht die Erde ihren Sohn.« Und genau so rau geht Jandl mit Rilkes Pathos um. Hat Rilke das verdient? Immerhin widmet Jandl ihm eine ausführliche und kenntnisreiche Auseinandersetzung. Und vielleicht ist ihm auch ein Rilke-Bashing weniger wichtig als die eigene Positionierung als ein Anti-Rilke. Und wenn man schon nach einem absoluten Gegenpart zu Jandl suchen will, da wäre Rilke schon passend. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.